Hallo zusammen, wir sind hier am Set von den 5 Freunden von 3 und zwar in Thailand. Hier wollte ich jetzt mal zeigen, wie unser drittes Abenteuer entstanden ist. Wir sind hier mitten im Dschungel, in Thailand. Und wisst ihr was das Beste ist? Es ist Regenzeit, ja? Also es schifft den ganzen Tag sozusagen. Ab und zu scheint auch mal die Sonne. Es ist Milliarden mal heiß, es ist so heiß, keine Ahnung wie wir das aushalten. Und dann gibt es natürlich noch die Regenschauer, die eigentlich so gut wie jeden Tag kommen. Und deswegen ist es auch viel anstrengender und ich mache es gerne, weil Thailand ist halt schon geil. Ich liebe Thailand. Es sind einfach so schöne Erlebnisse, die man hier in Thailand erlebt. Es sind so viele nette Menschen. Es ist auch toll mit den Thais, weil die alle so ruhig sind und genau jeder weiß, was er machen muss. Und da wird nicht irgendwie gehetzt, aber die Arbeit wird normal gemacht und es ist um einiges größer als in Deutschland. Wir drehen heute den großen Action-Tag im Markt und das wird richtig fett. Richtig fett. Für die wirklich gefährlichen Szenen haben wir alle Stuntups bekommen, die uns wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Wir hoffen, die Action-Szenen haben euch noch mehr Lust auf den neuen Film gemacht. 5 Freunde 3 – bald im Kino. Das war klappend! Gut gemacht! Ouahhhhhh! Fünf Freunde, fünf Freunde, das sind wir. . .